Musik Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich freue mich, dass ihr ein Teil einer großen Gemeinde werdet. Diese Community ist ja weltweit. Wir sind in, ich glaube, 85 Ländern mit Passschulen und ihr werdet sehen, dass ihr im Verlaufe dieser Zeit eine ganze Reihe von Kontakten bekommt von Australien über Kanada, Indonesien und so weiter. Und einige von Ihnen oder viele von euch werden auch nach Deutschland gehen, sodass auch der Austausch bilateral ist, das heißt Italien und Deutschland werden sich näher kommen. Die Schüler, die heute hier in Rom an diesen Workshops teilnehmen, kommen aus einer Passschule. Passsch bedeutet Schulen, Partner der Zukunft. Das ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes aus dem Jahr 2008. Mit dieser Initiative will man ausgewählte Schulen weltweit mit Deutschunterricht, mit qualifizierten Deutschunterricht an Deutschland binden, näher an Deutschland heranführen. Und durch alle möglichen Initiativen, wie zum Beispiel diese hier, will aber auch diese Schulen, die zu einem Netz gehören, die sich alle miteinander vernetzen, zunehmend auch untereinander in Kontakt bringen. I ragazzi imparano il tedesco attraverso il Rock, il Pop, il Hip Hop, che viene direttamente dalla Germania. Wir sind schon lange eine Partnerschule des Goethe-Instituts und sind eine der Partnerschulen der Zukunft. Meine Schüler sind heute hier, vier Klassen insgesamt heute und sie machen an Musik-Workshops mit. Man merkt auch mit der Zeit, dass die Kids immer lockerer werden und mit der deutschen Sprache immer besser klarkommen. Die Schüler arbeiten in zwei Workshop-Formaten im Format Pop-Core und im zweiten Format Sprechgesang. Der Vorteil des ersten Formats Pop-Core ist es, dass hier Schüler schon aktiv werden können, auch mit relativ geringen Deutschkenntnissen. Es geht darum, dass sie aktuelle deutsche Popmusik singen, schon bestehende Popmusik, ohne selbst bereits aktiv oder kreativ sein zu müssen. Es geht darum, dass sie in einem anderen Format Sprechgesang selbst selbst texten, eigene Texte verfassen und anschließend einstunden werden und präsentiert werden. Sie sagen Mond, aber jetzt stellt euch vor, kreativ, ihr seid auf dem Mond und ihr könnt runter auf die Erde kommen. Versteht ihr? Das ist das Bild, das ist euer Bild. Das ist das Bild, das ist das Bild. Chor, 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 Schlagzeug. Chor, 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 Chor. Chor, 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 Chor. Chor, Chor, Chor. Chor, 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 Chor. Zu viel Rap-Bee, weil sie sich stehen bleiben, wild bleiben, Treppen gehen, schreib' dich voll, Kopf, mir die Ablage durchsinn. Ich mach schon immer mal so, Chris, klingt mir kein Glück. Ich bin und bleibe, wer's in mir schmeckt, mit der Füße, sag' mich aus wie ein Baum für dich, ich bin verheckt, komm' einfach nicht mehr los von dir. Ich lebe, weil du mein Atem bist, bin müde, weil du das Kissen bist, wild fühlst dich, weil du mein Wasser bist, du bist für mich, mein Zweite, ich, ich lebe. Ich bin gefangen, ich war nicht da, und die letzten Wintertagen gleich aus, ist er mir voll, doch ich geb' nicht auf. Ich liebe dieses Leben, ich liebe den Moment, in dem man fällt, ich liebe dieses Leben, ich liebe diesen Tag, ich liebe diese Welt, ich liebe dieses Leben, ich liebe den Moment, in dem man fällt. Ich liebe diesen Tag, Wenn wir nicht verrollen, keine Hölle sein, rufen den Tag vereint, sagen gerne nein, sagen, dass du nein. Willkommen! Willkommen! In uns bleiben! Willkommen! Willkommen! In uns bleiben! Willkommen! In uns bleiben! Willkommen! Ich liebe euch! Ich baue große Päuser, präge gute Päuser. Wacht ihr tut mein Geld, du bin ich frei. Betrete ich meine Karten raus, keine Kinder, meine Wände. Was ist gut? Du ist Liebe, keine Schlüsse, keine Wände. Los dance, per an affermateln, One night we are, Wir sind die Hatsin-Dansin. Schöne die Institut! Das ist vorbei, bye-bye, Uniform. Das ist vorbei, das ist vorbei, bye-bye. Das ist vorbei, bye-bye, Uniform. Das ist vorbei, bye-bye, Uniform. Bye-bye! Es hat uns viel Spaß gemacht für euch! Vielen herzlichen Dank! Hoffentlich bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ich bin stolz auf meine Schüler! Ich bin stolz auf dich! Ich bin stolz auf dich! Danke! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020